Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in dem feinen Vlog. Wir hoffen natürlich, dass die jeglichen Störgeräuschen nicht vorhanden sind. Kein Wind, keine Autos, keine Tiere, kein Mensch etc. Ja und falls doch, ich hoffe ich kriege das irgendwie hinter sich das nicht hört. Viel Spaß mit dem Video. Ich bin hier gerade am Balkon. Die Hundes sind alle irgendwie schon eingefroren. Ihr wisst ja wie es im Winter ist. Und ja, ein Vogelhäuschen, was schon ein paar Jahre hier ist. Weiß nicht wo Pandora ist. Pandora ist nicht hier. Die Tür ist da hinten zu. Also da hinten irgendwo. Deswegen kommen sie nicht hin zu mir. Schaut mal in die Kommentare, welcher Mode euer Lieblings ist und welche Jahreszeit. Würde mich brennend interessieren. Schon extrem kalt und ihr wisst ja wie der Winter ist. Ich hoffe natürlich, dass es nicht zu kalt und auch nicht zu... Also ihr wisst schon, es ist nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm, wenn ich es jetzt im Winter sagen kann. Also dass es aber nur Wasser ist und mehr nicht. Ich hoffe natürlich, dass es ein guter Winter ist, aber auch kein zu starker. Zu kalte Temperaturen sind auch nicht gut. Danke dafür, Autos. Das war nie, wer es in meinen Aufnahmen geht. So, je nachdem werde ich bei der ersten Woche Weihnachten wahrscheinlich einen Stream machen. Und wahrscheinlich auch dort ein paar kurz mal aufnehmen. Ihr wisst schon, weil mein PC gerade ja nicht so gut ist. Ich hoffe natürlich, dass alles klappt und ich natürlich ein paar kurz mal mehr aufnehmen kann. Und wahrscheinlich dann erst zu Hause natürlich schneiden kann. Ich hoffe natürlich, dass alles klappt und keine schwarzen Ränder kommt und natürlich alles flüssig ist. Heute kommen halt die entsprechenden zwei Videos. Das Video und natürlich Vibe. Das kennt ihr schon. Dann habe ich schon ein Video geklant, hochgeladen. Und zwar ein Vibe. Nächsten war Part von Vibe. Und wie ihr werdet dann auch demnächst wahrscheinlich zwei oder drei Videos mit derselben Qualität nochmal sehen. Weil ich habe vorproduziert. Also ich werde dann wahrscheinlich versuchen, weil es ja ein bisschen nicht klappt, wegen dem Kabel. Klein und groß, ihr wisst schon Bescheid. An der PC, den ich zur Verfügung habe, das aufzunehmen und hochzuladen. Und hoffentlich, dass alles klappt und sogar gute Qualität ist. Also circa, es sollte eigentlich so gut sein wie mein PC. Danke, darf lauter. Also es soll eigentlich genauso gut sein wie mein PC vor diesem Video. Also ansonsten hoffe ich natürlich, dass mein Computer wieder funktioniert irgendwann. Wie Drag weitergeht, ihr wisst ja, Drag ist ein Onkel von Pacerspan, ein entfernder Onkel. Und er hat ein paar Konflikte mit Flowers. Wie es weitergeht mit Drag und was Drag absichtlich ist, das und vieles mehr erfährt man natürlich in der Vibe-Serie und in den Kurzformen Flowers und Flowers-Vorgeschichten. Bzw. Laguna, Flowers-Vorgeschichten nicht, aber Laguna und Flowers-Vorgeschichten. Ähm, die ich ja bei meinem Freund aufnehmen werde, weil, ja, PC besser. Weil, ja, meiner Schrott ist. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten hoffe ich, schreibt mir bitte in die Kommentare, wer bis hin geguckt hat, Hashtag Vibe2. Bis zum nächsten Mal, lasst ein Like da, ein Abo. Und wir sagen, ihr wisst ja, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Und bis zum nächsten Mal und ciao.